Schöner Tag, die Sonne lacht uns so hell Und wie ein lichter Glockenschlag Grüßt uns die lockende Ferne Und wie ein lichter Glockenschlag Grüßt uns die lockende Ferne Zieh nicht die Wolken so schön Und leuchtet am Himmel des Langs Und über Wald und weite Höhe Jugend der Lärchen gesandt Und über Wald und weite Höhe Jugend der Lärchen gesandt Grüßt uns die Herzen so rein Die Lärchen so hoch gehabt Feuer! Und helft uns unser Lieb dabei Wo alle Sorgen entkommen Und helft uns unser Lieb dabei Feuer! Ganz herzlichen Dank, Herr Olle Ich möchte die Gelegenheit nutzen Ihnen unsere wichtigsten Gäste vorzustellen Die wir heute zu unserer Jubiläumsfeier eingeladen haben Ich fange gleich mal an und stelle Ihnen vor Herrn Djepper Vizemarschall Herzlich willkommen bei uns Herzlich willkommen bei uns Ich freue mich, dass der stellvertretende Landrat des Landkreises Märkische Oderland Herr Hanke zu uns gefunden hat Herzlich willkommen! Und unsere polnischen Partnerkommunen sind ebenfalls vertreten Ich freue mich, dass aus Zydinia Frau Gabrysza Kotowitsch die Bürgermeisterin hier ist Und anwesend ebenfalls unsere Partnergemeinde Mieszkiewicz ist vertreten durch Herrn Andrzej Salwa Herzlich willkommen! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie Szanowne Panie, szanowne Panowie Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie dass ich mit Ihnen heute hier für euch oder mit euch auch feiern kann Das ist ein sehr besonderer Tag heute Das ist ein Tag, der historisch auch uns bekannt ist auch uns bekannt ist das ist ein sehr besonderer Tag heute Das ist ein Tag, der historisch auch uns bekannt ist aber außerdem der ist immer auch verbundener Tag mit unserem mit unserem schönen Fluss mit der Oda Ich danke sehr herzlich dem Herrn Vizemarschall für seine Worte Bardzo dziękuję Vizemarschall Kovic Zasvobak Gerade in Zeiten wie diesen es ist wichtig zu zeigen was möglich ist und was vor Ort möglich ist auch wenn sich großpolitische Wetterlagen eintrüben mögen So, Frau Kehl vielleicht mal ganz schnell an Sie die Frage Ich habe hier wirklich gezählt Was sind das jetzt? Acht Eins, zwei, drei, vier Acht verschiedene Jubiläen auf einen Tag Das ist eine ganze Menge Wie haben Sie darauf vorbereitet? Ja, eigentlich schon seit dem vorigen Jahr sind die Gedanken zusammengetragen worden und dann haben wir angefangen uns mit den unseren Nachbarn zu unterhalten und zielstrebig daran gearbeitet auch dieses Jahr mal wieder ein großes Fest zu feiern Szanowni Państwo, wir umsetzen auch sehr viele Projekte auch viele Projekte gemeinsam Zu dem heutigen Tag wünsche ich Ihnen eine schöne Gute viel, viel heute Spaß und Direktorze, Panie Burmistrz Ich möchte mich sehr herzlich bedanken auch, dass wir anwenden sein können an der heutigen Festlichkeit und heutige Feier und auch wünsche Ihnen alles Gute zu diesem heutigen Tag Ja, meine Damen, meine Herren Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier auf dem Fest Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist dass Sie ein paar schöne, entspannte Stunden hier verleben können Lassen Sie uns gemeinsam Spaß haben und für uns alle ein tolles Jubiläumsfest Viel Spaß Die Sonne Se Sand Der Mond Der Mond Die Sterne Se Stars Wir wiederholen Se Sand Se Mond Se Stars Ver females Sonne Ghost Se das Sonne und Sterne Los März, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Nur aus den Reicht und Teile, Summ, 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 Bietchen, Summ, Harum, Summ, Summ, Bietchen, Summ, Harum. Summ, 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 Bietchen, Summ, Harum, unsere Lumen sucht ein Blutchen, ihr Eichhulchen, ihr Eichhulchen. Summ, 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 Bietchen, Summ, Harum, Summ, Summ, Bietchen, Summ, Harum, Hier reiben, weiter planen, für uns, für uns, wo nicht fahren. Zum, 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 Wienchen zum Haarum. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was kann ich noch sagen? Unsere älteste Person ist 80 Jahre alt und die jüngste 10 Jahre alt. Also kann man sagen, wir haben Mischmasch von allen Gruppen, von jungen Leuten bis älteren Leuten. Und die Musik verstehen alle zusammen und dann singen wir etwas jetzt wie... Wenn es Ihnen gefällt, dann bitte tanzen. Und wenn nicht, dann wir versuchen unsere Besten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oder? Musik 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 Musik